ja ich sehe schon ich bringe mich selber um was soll ich machen dafür tun die mal mehrfach gleichzeitig erwischen auch nicht schlecht ja da gehe ich aber nicht unter dann sehen ob ich dann noch irgendwie was aufdecken kann wo ich irgendwo hin kann mal wieder ach so rund um die hat es geschafft Frau Wissi Mo Lob und Anerkennung Einheit bereit das stelle ich mal hier hin Primärgebäude ausgewählt Perfekt ja das ziemlich doof hier da ich nicht drückend nicht reparieren kann schon wirkt mich ziemlich auf nicht auf dem Boden nicht auf dem Boden nur ein bisschen rum gucken Einheit bereit ich muss diesen blöden Kern finden damit ich ihn kaputt machen kann da nach unten muss ich nach unten ist gar nicht mehr so weit weg ich habe geahnt das ist bestimmt so eine Insel ich hatte es geahnt Gucken wir mal hier ein bisschen Gucken wir mal hier ein bisschen können die eigentlich in den Nebel fliegen? Ich glaube fast hier ja Einheit bereit Nein, das war blöd Bestätige Flugbefehl Bestätige Flugbefehl Ja Komm mach ein bisschen frei Ober und Out Ja Hahaha Wie ich da nicht durchkomme Wie soll man das denn machen dann? Ja Vielleicht hätte ich früher hingehen müssen bevor sich das alles ausgebreitet hat Ober und Out Ich baue mal jetzt so ein Wird hergestellt Wird gebaut Und dann natürlich Da sind sie Wie der Gegner gar nicht angereicht Außer die Raketenstarts Einheit bereit Sehr komisch ist das Ja Bestätige Flugbefehl So Moment Jetzt will ich es ausprobieren Ja Ich wusste es Der kann auch viel mehr erreichen Einheit bereit Einmal reingucken bis zum ersten Flak Die könnten ja inzwischen Da rumgucken Ja 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 Speichern Aber ich habe schon fast die Hälfte der Karte aufgedeckt Wenn ich jetzt dieses erste Ziel erledigt habe Dann Habe ich schon Ziemlich das ganze Spiel geschafft Einheit bereit Einheit bereit Dann habe ich gewonnen Klipp und klar Man könnte Kabbald schon aufgeben Aber nein Er will es wieder in die Länge ziehen Und da sehe ich was Und ich hoffe diesmal kann ich es kaputt machen Das hoffe ich wirklich sehr Mach dich erstmal hier hin Ich probiere mal Mein Glück Wird gebaut Oh keroma Raketenstart geortet Wird gebaut Wo geht er diesmal hin dieser Raketenstart Nicht auf meine Einheiten bitte Nein, bitte nicht Unser Stützpunkt wird angegriffen Mal wieder darauf Leider nicht möglich Es wird bereits gebaut Ja, ja, egal Ähm, Waffnerie Wird gebaut Hoffentlich klappt es diesmal Zu wenig Geld Wäre sonst richtig kacke Ich sollte das mal reparieren Aber ich habe kein Geld Wieso habe ich kein Geld? Ihr faulen Sammler So, der ist fertig Und der hat es erledigt Seht ihr wie schnell das geht In der letzten Mission habe ich es so lange gebraucht Und hatte doch keinen Erfolg Übel, richtig übel Wie schnell das geht Da musst du nicht mal nachtanken Nicht voll nachtanken Ah ja, da ist noch so'n Teil Dachte ich mir fast Muss man auch noch zerstören Eigentlich sollte einer genügen Aber ich mache trotzdem zwei drauf Da fühlen sich die Fischer natürlich wohl drin Erwachsener Erwachsener Wiss... 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 Wie auch immer Jetzt geht's weg Man sieht ganz schnell Klappt das? Klappt das? Das ist cool Bäm, 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 bäm Baum im Teppich Und das war's schon So, bevor ihr mich angreift Ich mache euch jetzt alle Ah ja, okay, nicht so ganz Ah ja, okay, nicht so ganz Die werden sich noch rächen So, irgendwo Alles uneben geworden Der ganze Boden Richtig übel, was die da gemacht haben Jetzt kurz die Verteidigungsanlagen Nicht so nah beieinander Wohin, wohin Ich würde ja gerne mal kurz ein Tiberium-Silo bauen Aber es geht nicht anders Irgendwo muss ich hin Wegen so nem kleinen Action Dann habe ich leider keine Wahl Muss halt hier irgendwo hin tun Wird schon passen Eine Weile So, jetzt wollte ich mal das ausprobieren Wird gebaut Wird gebaut Bau abgeschlossen Ne, das geht natürlich nicht Ich dachte ich könnte irgendwie wieder gerade machen den Boden Scheint aber nicht zu gehen So, hier ist alles frei Aber ich muss ganz offensichtlich Oder hier oben lang, genau Ich muss hier das Ding noch finden Ich will nicht mit Amphibiengeräten darüber müssen Oder komplett mit Flugeinheiten Das wäre doof Ja, bitte verstanden Ja, bitte verstanden War so lange Aktionen, wenn man das so machen muss Verstanden Einheit bereit Alles klar, alles klar So Schon unterwegs, alles klar Verstanden Komisch darunter Oder ist da wieder Wasser Alles klar Doof Alles klar Alles klar Schon unterwegs Alles klar Kann ich da vielleicht den Ingenieur reinschicken? Ja, kann ich Also will ich eigentlich nur noch hier rüber irgendwie kurz mit dem Ingenieur Einheit bereit Dann kann ich über die Brücke Mit meinen restlichen Einheiten Dann wäre das noch gerettet So gut als möglich Mal sehen, ob das auch klappt Ingenieur habe ich glaube ich noch irgendwo rumliegen Ingenieur ist da Und Der kann irgendwo hier rein Der kann irgendwo, da kann er rein Dann muss ich eh noch warten, bis der ganze Fertz hier weg ist Oder auch der hier oben Sammler wird angegriffen Wo auch immer ich hingehe So, eigentlich reicht hier einer Das haben sie angegriffen, das mal wieder Sammler kann ich nicht reparieren Okay, das war nicht so schlimm Jetzt könnte es schlimm werden Wohin? Ja, war klar Wieder auf die Raffinerie Aber sie haben sie nicht zerstört Warum nicht? Weil sie dumm sind Ähm Wo ist mein guter alter Irgendjemand hat ihn getötet Warum? Warum muss er sterben? Ich hatte ihn hier hingestellt Wird hergestellt Jetzt muss ich ihn wieder herstellen Ich hatte ihn hier hingestellt, oder? Da ist er! Stopp! Er lebt noch Er muss nicht ersetzt werden Viel zu viel braunes Oder orangenes Zeug hier Soll man alles vernichten Der ist leer Ja Und der ist langsam Er kann erst mal als Aufklärer vorne wegfliegen Und der Ist drin Wahrscheinlich würde er hier unten lang wollen Und wenn hier oben lang Dann muss ich noch länger warten Bis das ganze Zeug weg ist Und es kommt ja dann nicht durch Wird gebaut Verstanden Oh, ein bisschen was sehen Ja, war mir klar Da ist wieder so ein Ding So ein Ding ins Da kann es der andere hin Primärgebäude ausgewählt Ah ja Gut zu wissen Einheit bereit Überseht die ganze Map Und so Fischer Jetzt schießt er Ah, ich hab mich auch gefasst Na gut, ich hab ihn selbst getötet sozusagen Macht nix Erobern sie diese Stationen Und deaktivieren sie mit den Sicherheitscodes Die Verteidigungsanlagen Passt doch Kein Problem Ist da noch so ein Loch Böse entflossen Ich guck mal ganz kurz Damit ich nicht überrascht werde Jetzt brauch ich mal so ein Teil Ich hab Bock drauf Ne, da ist nix Doch, da ist er Einheit bereit Ich war so klar Fünfzehn Aber ich komm ganz gut voran, finde ich Weil der Gegner auch so passiv ist Sollte eigentlich reichen Ne, der braucht zwei Striche oder so war das Jawohl Einheit bereit Ich will kaufen mal was Ich will kaufen mal was Was soll ich mit zwei Krise haben Die andere will kaufen ich auch noch irgendwann Oh, du Schwächling, du hast das nicht geschafft Doch hast du Hat mal ein bisschen gedauert Schön Einheit bereit Ich warte immer noch bis dieses Zeug weggeht Ich war schon mal kurz nochmal Und Irgendwann Irgendwann muss dieses Zeug weggehen Da Ganz langsam Ganz, ganz langsam Raketenstartliste Willkommen im Team Mammut Mk2 Einheit bereit Er ist einfach cool Ja, da ist es auch schon Unser Stützpunkt wird angegriffen Einheit bereit Zum Glück ist der gerade weggegangen Wäre sonst ein Böser empfangen gewesen Richtig böse Einheit bereit Primärgebäude ausgewählt Jetzt kann ich leider keine wollen bis er tot ist Einheit bereit Ah ja So ist das also Einheit bereit Da kommt ja nicht vorwärts Hat doch keinen Sinn Die sind so schwach, man glaubt es kaum Und das dauert und dauert Wo will er denn jetzt rumfahren? Oben lang, war mir klar So gehts am schnellsten Erobern Sie diese Stationen Und wir aktivieren Sie mit den Sicherheitsgruppen Die Verteidigungsanlagen Einheit bereit Was ich also an Einheiten hier rumstehen habe Unglaublich Noch unglaublicher ist, dass es gar nicht reicht Nicht für die ganze Mission Nicht auf der Schwierigkeitsstufe Auf der leichten würde es reichen Mein armer Titan Einheit verloren Das Teil ist auch so stark Ich würde die gerne bauen können Das wäre schon cool Das hätte was Komm, geh weg Ich habe das Gefühl, es geht nur weg Wenn man auch drauf guckt Ist auch eine Verarsche Einheit bereit Weg, 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 weg Ich will nur einen Ingenieur da reinschicken Einheit bereit Da muss ich wahrscheinlich nie wieder ein Amphibiengerät benutzen Raketenstart geortet Einheit bereit Weg hier Wo kommt es? Hä? Keine Ahnung Ist wieder irgendwie gar nicht aufgetaucht Seltsam 16 So Wenn ich Glück habe Dann läuft es jetzt gleich Einheit bereit Wo will er durch? Einheit bereit Interessant Direkt durch die feindliche Basis Aber das stört mich ja nicht Denn ich will ja nur Er kann immer noch im Mittel Die Brücke reparieren Kann ich mit dem da durch? Schnell Schnell bringe ich Sicherheit Ah Der lacht, wo gerade sein Untergang Beschlossen wurde Der ist schon witzig Der verliert nie seinen Humor Zuerst wenn man ihm ein Messer an die Kehle hält Jupp Kommt mal Ich glaub viel gegen wer werde ich dann nicht Leiden müssen Habe ich so ein Gefühl Aber ich hab die Befürchtung dass da ein Timer anfängt Deswegen werde ich auf jeden Fall nochmal speichern müssen Ich will keinen Timer haben Ich mag keinen Timer Die sagen dir hey du hast nur noch 15 Minuten Zeit dann explodiert die Welt Und dann steht man so ein Zeitdruck und dann versorgt man alles Man kennt das ja Wird gebaut Wieso repariere ich nicht? Auf jeden Fall habe ich schon mal genug Geld, das ist doch schön Ja, hier Ö, erledigt Dim, dim, dim Ö, erledigt Ganz viele Kraftwerke, aber irgendwo muss noch was besonderes sein Ich hab die eine das hier schon wieder vergessen, aber das heißt höchstwahrscheinlich zerstöre den Gegner Einheit bereit Wird schon irgendwie klappen Ich werde schon das Richtige tun Nehm ich die linke Maustaste betätigen Irgendwie sind die das nicht würdig, die Geophaner sind irgendwie zu schwach Aber auch diese Titans Da ist zweite Möglichkeit hinter den Lockdowns So, will ich das jetzt zerstören oder muss ich das kaputt machen? Äh, ich mein einnehmen Ich mach's mal kaputt Dann kommt vielleicht kein Raketenstart mehr Wäre ja schön Ach das sowieso, aber ja das geht dann wohl um das hier drin Cavarele Station Ich denke mal zerstören ist ne gute Idee Ah, na gut Hätte ich doch auf die andere Ziele achten sollen Macht ja nichts Dann nehm ich's eben ein Deswegen hab ich gespeichert Genau deswegen Ingenieur Dem Ingenieur ist nichts zu schwöre Und die stehen hier rum und da die sammeln Ich will mich nicht beklagen im Moment hab ich ganz gut Geld Ingenieur meldet sich Verstetigt Nochmal dasselbe Ich denke da kann ich auch schneller machen Hier wird nicht viel passieren Ich sagte schneller Ich werde schneller Irgendwie will es nicht Beschäftigt doch schon mal bis der Ingenieur da ist Der könnte eigentlich von dem abgeruht werden Aber der soll schon mal seine Beinmuskeln müssen trainieren Nicht immer gefahren werden Sonst wird er noch ganz schlapp Trägt ein Bierbauch Macht gar nichts mehr Einheit verloren Wo? Keine Ahnung Einheit bereit Okay wir wissen Relaisstationen am Leben lassen Also aufrecht stehen lassen Immer wieder speichern Dann muss ich das hier nämlich nicht mehr wiederholen Lieber der Rauch Einheit verloren Erster Rauch Einheit bereit Nicht da durchfallen sonst gehts noch kaputt Das machen wir vielleicht trotzdem Einheit verloren Nicht kaputt gehen Einheit verloren 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 Schießt doch mal auf Guck mal wie gelblich er ist Und jetzt ist es gleich kaputt Ich glaub's nicht Das sind so doof da kommt er nicht mehr um er macht nix genau deswegen habe ich eben neu gespeichert dass ich mir sowas schon dachte das ist der große Nachteil des Hauptpanzer ich hätte auch einfach hier irgendwie es fällt mir das ein na gut jetzt lohnt es auch nicht ach die haben es schon wieder getan sie haben es schon wieder getan wie dumm kann man eigentlich sein das ist hier die Frage müssen wir eben mit kleinen Trops arbeiten dann passt das endlich ah die hat wohl schon erwartete sehnsüchtig beeilt mich mal ein bisschen alle sterne schon geil so es muss ja heißen dass ich es einnehmen muss es kann nichts anderes heißen irgendwas muss mit dem Trailer hier geschehen wenn ich zerstöre muss es ja schon wieder wollte es sagen ist das zerstört oder es muss zerstört werden nein das muss eingenommen werden einheit verloren oh ein Sternetyp ausgerechnet ein Sternetyp dann habe ich das Ziel hier unten erreicht ein Drittel der Missionen theoretisch geschafft aber im Prinzip ist es schon viel mehr mindestens die Hälfte man sieht es ja an der Map die Hälfte habe ich aufgedeckt im Prinzip habe ich alles schon geschafft Kontrollstation erobert Dankeschön ja sichergestellt kommt noch irgendwas oder war es das jetzt ich würde sagen es ist so eine lange Mission jetzt werde ich erstmal speichern und dann ein kleines Kreuzchen machen und dann nehmen wir uns die letzten Minuten beim nächsten Mal vor vermutlich ich denke unten kann ich das auch mal so stehen lassen das wird keiner angreifen wir brauchen Silos unser Stützpunkt wird angegriffen wird gebaut das habe ich nicht bedacht ich habe wieder zu schnell gehabt doch kaum schon irgendwo Silo war hier oben Basis Turm wird gebaut der macht wieder nichts jeder ist doch zu gern oh ok dann ist es gut Zeit jetzt Schiss zu sagen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal